was geht leute herzlich willkommen zu einem weiteren unboxing auf meinem kanal ich weiß heute waren japanische karten angesagt aber die lieferung verzögert sich ich weiß ich bin da genauso traurig wie ihr drüber macht nichts wir haben was anderes gefunden wir öffnen heute eine mary box ich packe die mal kurz für euch aus und dann sehen wir uns gleich im video wieder so da sind wir zurück und als erstes schauen wir uns diese xxl o langer promo an bin nicht so der wirkliche freund von den xxl promos aber die wahrheit im paket mit drin deswegen darf die gerne bei uns platz nehmen dann haben wir einmal die o langer promo in klein so schaut ihr aus kommt natürlich hier hinten hin und zu guter letzt haben wir bezüglich den promo karten einmal peco v-promo der kleine dicke hamster so das werden die promo karten dann gibt es hier natürlich noch diesen ultra starken pin dabei ist den finde ich richtig nice den habe ich natürlich noch nicht als die erste mary box die ich öffne und am schluss haben wir noch einen code für euch für die box gönnt euch gönnt euch heute gehen alle kurz an euch wenn ihr also das online tcg spielt dann solltet ihr auf jeden fall platz nehmen und euch zurücklehnen und hoffen dass ihr den ein oder anderen code ergattern könnt ja ich hatte heute eigentlich die japanischen neuen sets angekündigt aber die lieferung hat sich leider verzögert die displays sollten im laufe der nächsten woche kommen das heißt nächste woche haben wir dann neuen content hier auf dem kanal mit dem neuen set und da habe ich mir gedacht um die zeit zu überbrücken öffnen wir mal wieder weg des champs und hoffen natürlich auf eins der dicken glorax bettis reverse im ersten pack und wolverock in holo apropos weg des champs aktuell haben wir noch ein gewinnspiel auf unserem kanal laufen ihr könnt noch bis morgen 23 uhr 59 am gewinnspiel teilnehmen schaut euch gerne dazu das video in der beschreibung hier oben an und schaut was ihr tun müsst um eine von drei karten zu gewinnen nämlich eine lapras promo weg des champs mit swill oder aber eine nes in rainbow aus weg des champs oder aber halt kurz gehen an euch haben wir gesagt hier ist der erste und hier ist der zweite oder aber wie gesagt eine seyschen amazing rare also lohnt sich auf jeden fall hier abonnent auf dem kanal zu sein denn dann verpasst man keines dieser gewinnspiele und eben nächste woche auch nicht das opening zu den neuen sets aus japan brimo war war blu zu rockex ihr seid noch kein abonnent schnell da unten abonnieren glocke aktivieren und dabei sein kann iwana gala zick zacks schon wieder der bad is in reverse und schon wieder das wolverock in holo perfekt so mögen wir das fünf packs sind hier insgesamt in der mary box erwarten wir jetzt natürlich nicht ich weiß nicht was klar nächster code für euch das kriegen wir im laufe des videos noch hin sind ja nur noch zwei booster drei nach hinten einen zur seite wir haben den yarrow boy turf viel stadion sein zu hause bivor brimo war wuffels den trank pokeball carnivana clonket in reverse gold action wir haben die verdächtige konserve in gold gezogen again ist das zu glauben ist das zu glauben weg des gems ist wieder weg der doppelten hits und ich bin mir zu 99,9 prozent sicher dass im nächsten giveaway diese goldene ravioli dose in den pool kommt hier schaut es euch schon mal an könnte euch gehören wenn ihr das nicht verpassen wollt dann abonniert so zwei packs haben wir noch ich habe so die regel rausgefunden dass aus den boxen meistens so ein größerer hit dabei ist das war also die konservendose in dieser box das heißt eventuell kriegen wir jetzt hier nochmal eine wie oder auch gar nichts lassen wir uns mal überraschen wir haben den kabu kleopada ness hyperheiler clonket macholo thermopod pokéball bivo reverse und die forschung des professors last pack magic mit diesem dicken kamalm und dann war es das heute auch schon mit dem video ich habe wie gesagt eigentlich was anderes vorgehabt aber das verschiebt sich dann einfach aber die displays müssen ja früher oder später ankommen dementsprechend sehen wir das ganz ruhig absol superball pokémon center dame wuffels letztendlich können unsere wolverock entwickeln wulbix galagera dax hyperheiler felilu sania in reverse und das zugade also ich gehe mir jetzt eine dose ravioli kochen wenn noch nicht geschehen abonniert den kanal damit ihr kein weiteres opening mehr verpasst opening mehr verpasst ich bedanke mich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn wir uns nächste woche wieder sehen bleibt gesund euer nexus prime tcg halt jetzt wäre ich fast gegangen ohne euch alle die kurz zu geben hier haben wir noch mal zwei kurz jetzt ist aber auch schluss tschau leute